Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Lion Air Reaction und zwar Like Snoop, hören wir uns heute an, und Maniac Like Snoop, let's go Wir haben uns ja letztens Another Mazed und Birds in the City angehört War durchaus geil Komm, ich brauch ein gewisschen Banger So Like Snoop Oh man, ich will einen schnellen Flow Ich will mal wieder einen schnellen Flow von Lion Air Irgendwie, so wie bei Freestyle One oder so Das war richtig krass Hier ist sogar ein Freestyle drauf Und Push Up klingt auch sehr nach vorne gehend Deswegen, mal sehen Das ist es, was ich will von Lion Air Geil Ja, das ist schon mehr der Lion, den ich fühle Schnauze Lenovo Das ballert schön Ey, früher habe ich solche Beats so geliebt Mittlerweile ist das gar nicht mehr mal so mein Film Aber trotzdem genieße ich es So einen Style gibt es auch selten, finde ich So mit diesem wirklich knalligen Bass So diesem OC Charakter Er hat ja auch mal mit OC zusammengearbeitet Ey, du brauchst mir nur drei krasse Subbässe, Subbässe geben Oder Kicks mit richtig viel Bass oder so Und Digga, du hast mich Ah, das ist die Hook Ey Leute Hook, Part, Hook Für noch ein Part Und Hook ist zu wenig Platz Kommt da wieder so ein geiles Auto Ich hoffe Ich denke schon So eine Aussprache Komm Nicht Ja, aber dieser Bass ist schon geil Digga, ich bin so verwöhnt von Babybrain mit dem Bass Deswegen beeindruckt mich das jetzt gar nicht mehr so krass Okay, nächster Song Song Maniac Ich finde das ist eine krasse Ansage Maniac Mal sehen Geht direkt los Ja, das ist schon Das ist schon auch ein stabiler Flow Aber es ist halt wie das so laidback gerappt So, das finde ich schade Er hat so eine aggressive Stimme Er kann Freestyle One Er kann so viben Er kann so krass so Und so Stimmung machen Und so Stimmung machen einfach So Ja, irgendwie führe ich den nicht so Jetzt ist es wieder ganz geil Was kommt jetzt? Ja Ja Das hat Style Ich liebe dieses Geslote Zum Beispiel beim Intro von Foundation Ist auch so ein geiler Beat Und jetzt hier Wie dieser Bass reinkommt Boah 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 Also Das Auto ist heftig Das Auto ist heftig, Mann Die Beats sind krank Wer hat eigentlich Like Snoop produziert? Lionel selbst, okay. Und Maniac, auch Lionel. Okay, dann sehen wir uns bei der nächsten Reaktion wieder.